Hallo, 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 der E-Mero hier mit SMB 2 plus 3. Nachdem die Pyramide so lange gedauert hat, hoffe ich, dass hier in diesem Dschungel die Level wieder etwas schneller gehen als 16 Minuten. Ja, 16 Minuten für ein Level, das war die Hölle. Heppa. Ich erkenne das Lied gerade nicht, ich erkenne nur den Hintergrund und... Nein, nicht mal den Hintergrund, den Vordergrund. Ich brauche irgendwo hier ein P-Switch. Ein P-Switch wäre nett. Ey, ey, ich kann dich nicht mal tippen. Jetzt habe ich gar nicht darauf geachtet, ob das ein... Giftpilz... Ob das ein rotes... Hier ist ein P-Switch. Oder ein gelbes Level ist. Auf jeden Fall muss ich nochmal zurück und gucken, was in dem Block hier ist. Ach, leck mich doch. Gut, wir haben einen P-Switch. Wir haben einen Panzer. Und wir haben den Tod. Bombs, Alter. Bombs. Das komplette Level ist totaler Bombs. So, die Panzer... Dich töte ich schonmal. Da denke ich mit. Und euch will ich eigentlich auch schon erledigen. Du bist tot. Du auch. War hier irgendwas Spannendes drin? Genau, Münzen. Nein, da war der Giftpilz. Genau, gib mir den P-Switch. Und die Münze. Und hepp. Und hepp. Und hepp. Und hepp. Feuerblume für den Nemero. Hier. Hin mit dem Ding. Jetzt. Ohne Fehler. Perfektion. Na danke. Supi. Das ist für ne Röhre. Oh, fuck. Ich will da oben bleiben. Ich will da oben bleiben. in die Röhre. Mit dem Nemero. Okay, was ist jetzt hier? Ist das wieder so ein... Wie? Ich komme da nicht rüber. Gut, dann gehen wir von der Seite. Leben, Leben oder sowas? Leben, 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 Moonzer, 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 Geld, 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 Geld. Kein Leben? Wofür habe ich den Scheiß dann gemacht? Okay, da war der Giftpilz drin. Die Kiste, da lasse ich sofort in Ruhe. Bums. Ich nehm den nochmal zur Sicherheit mit. Vielleicht brauche ich den auch woanders. Hepp, 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 hepp. Und hier rüber. Ich brauche ein Leben, ich hab nur noch zwei. Ich brauche ein Leben, denn sonst bin ich gleich frei. Wow, 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 wow. Mittelpunkt. Äh, was macht die denn da oben? Was geht mit dir da oben? Komm mal runter. Oder ich komm hoch, das geht auch. Ich geh hier rein. Und, oh was? Kann ich die, oh, ich kann die hoch und runter verschieben. WIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ich höre die nach oben Taste gedrückt. WIEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ist das spannend? WIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Fick dich. Ich kriege das heute noch hin. Das ist das Level. Komm, hoch und rein. hoch und rein hoch und leck mich hoch und rein hoch 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 der erste part klappt ganz ohne bewegung ich habe eine idee wie ich den zweiten mache ja komm 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 hoch 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 und stopp mit den da verdammte kacke hoch 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 Mario 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 du schaffst das komm 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 das ist nicht schwer die will ich mir holen die will ich mir holen wow die will ich haben jetzt der bummerang verklatschte okay 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 wie hoch geht denn das bitte noch bis hier bis hier geschafft wir haben noch genau ein Leben auf unserem Zähler wie geht es da rein wie geht es da rein wie zur Hölle geht es da rein gar nicht verdammt auf jeden Fall das nächste Level der das Sumpfieber 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 Swampfieber Swampfieber so Bums hoch und wow Fischies 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 nein Wasserlämme so halbwegs Goomba Kumpel komm mal mit Goomba Kumpel Angriff Goomba Kumpel ganz brav gemacht äh nein das Ding will ich mal noch zulassen ich will die alle noch zulassen vielleicht ist da noch mal ein Pilz drin den ich gebrauchen könnte tot 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 euch allen gut der Pilz dürfte wenn in der Mitte sein deswegen die andere Röhre kann ich anpacken hahaha das sieht mal wieder nach einem gezahnten Bonus aus in dem man eigentlich nur ein bisschen was machen muss für ein paar Münzen Fische rösten yeah ja und hier hoch und hier hoch und ich greife Münzen ab was ich natürlich so unheimlich will und brauche ein paar Leben wär nett ein paar Leben wär nett Pssst und jetzt noch die Münzen hier wenn dann holen wir schon alles wir holen uns alles Emiro wird reich und Mario gleich mit gut jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal Geld was ich gerade sehe für vier Schlüssel nein die will ich nicht holen ich will sie nicht anpacken ich bin vorsichtig wenn ich nur noch ein Leben habe oh mein Gott oh mein Mittelpunkt und Yoshi's Island Musik macht bei Scrolling gar nichts oh mein Gott warum ist immer Scrolling wenn Yoshi's Island spielt das ist kein gutes Zeichen hepper und oh mein Gott oh Gott was zur Hölle mach ich hier wehehe ich muss auf den Fisch ich muss nicht auf den doch ich muss auf den Fisch muss ich auf den Fisch jetzt ist es auch zu spät ich wette den bräuchte ich ah den bräuchte ich hier für den Männer eieieieiei einfacher oh mein Gott aber so kriege ich mein Leben du Hure spawne mir mein hochverdientes Leben an das ich rankomme Levelbanded ja ok das ist ein Level mit dem ich jetzt erstmal nichts zu tun haben will ich möchte jetzt nämlich erst einmal einfach kurz hier rein wieder verlassen um zu speichern kleiner Trick ha 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 rotes Level ok ok oh fuck Ruin Ruin gefallen oh die römischen Koopas da gibt es was drin was ich vielleicht haben will bäms bäms das war sehr genial im Ehrung sehr sehr genial haha was haben wir denn hier was haben wir denn hier Lakitu Moment den Paper Mario Lakitu Spike aber das ist wieder eine Charakterkarte die ich nicht sammeln werde weil totaler Schwachsinn und schon der Level Mittelpunkt ok ok da war seine Wolke da war seine Wolke ich wette man muss diese Wolke finden aha supi komm machen wir es mal machen wir es mal machen wir es mal machen wir es mal jaa bumms Wolke stellst du mir nur die Frage will er eine Wolke oder will er mehrere da unten mal ein geheimer Ausgang ja was ich hier so auf meinem Weg alles finde ne Lakitu wat geht jo Mario 4 von unten ging es noch hä game over bumms alter gut dann hm mache ich hier aber auch einen Schnitt ich glaube das passt zeitlich nicht mehr und ich schaue im nächsten Video mal rein wie das Level denn funktioniert also Leute bis dahin